Was sehen Sie? Bitte, bitte, was sehen Sie? Äh, ich will Ihnen helfen, Herr... Von Weinlaub. Meine Frieden, von Weinlaub. Was Sie sehen, ist nämlich genau das Bild, das man sich von Ihnen gemacht hat. Nichts anderes. Ich bitte Sie! Kannst du mich erinnern, als Kind hast du doch auch dieses Spiel gespielt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Natürlich ist es doch jeder. Günter, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ich habe es getan, Vielen Dank.